Ein herzliches Grüß Gott im Namen von Evolution International. Mein Name ist Herbert Schamberger, ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Evolution. Evolution gilt ja als Pionier im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel seit 1987, also seit insgesamt 35 Jahren. Zum Unternehmen selbst ganz kurz Evolution ist frei, arbeitet bankenunabhängig, ist TÜV geprüft, biozertifiziert und zur Auszeichnung, zur Nominierung von Greenbrains Austria 22 und 23 vorgeschlagen. Das Besondere an Evolution ist vielleicht, dass wir eine Verbindung herstellen, eine Verbindung auf der einen Seite die moderne Mikronährstofftherapie hin zur Natur, hin zur traditionellen abendländischen Medizin, deren bekanntester Vertreter Paracelsus war. Paracelsus war ja einer, der die Spagyric unter anderem neben der anthroposophischen Medizin, neben der Homöopathie, aber vor allem die Spagyric bekannt gemacht hat und aus dieser Spagyric, aus diesen Erkenntnissen heraus, da nehmen wir also Anleihen für einen Großteil unserer Produkte. Bei der Produktentwicklung lassen wir uns leiten von dem Ursachen-Wirkungs-Prinzip. Wir schauen also, welche Ursachen gibt es und welche Wirkung ist erwünscht. In vielen Fällen reicht es ja heute mit der artemolekularen Medizin, also mit artemolekularen Präparaten zu arbeiten, das ist gar keine Frage. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo also psychische Probleme auch immer mehr stattfinden, brauchen wir die vergehende Veränderungen. Und die Pflanze ist eigentlich weit mehr natürlich aus nur definiert über seine Inhaltsstoffe. Pflanzen sind für den Menschen Wegweiser, sind Verbündete. Pflanzenwesen zeigen uns einen Weg. Pflanzen helfen uns bis hin zur Transformation. Aber das Entscheidende ist eben, dass Pflanzen eben eine ganzheitliche Wirkung haben, ein ganzheitliches Wirkspektrum vom Körper über die Psyche, über seelisch-geistige Ebene und das brauchen wir heute mehr denn je. Vielleicht darf ich Ihnen die im Einzelnen, was die Produktgruppen anbelangt, kurz vorstellen. Grundsätzlich kann man aber vielleicht vorher noch sagen, ergibt sich natürlich die Einsatzmöglichkeiten speziell im Bereich der Entgiftung, im Bereich der Entschlackung, im Bereich Gewichtsreduktion, ist ja nach wie vor, es wird immer ein Thema sein. Dann im Bereich der Zellschutz, der Anti-Aging-Methode möchte ich schon fast sagen. Aber eben dann der größte Bereich ist natürlich die individuelle Unterstützung, die individuelle Wirkung der verschiedensten Präparate, die wir im Sortiment haben. Im Einzelnen möchte ich sagen, dass gerade die spargürisch hergestellten Kräutertropfen große Wirkung haben in der Praxis. Das hören wir also immer wieder. Und wenn wir sie unterteilen möchten, können wir sagen, wir haben spezielle Essenzen, spezielle Pflanzenessenzen, die eben auch natürlich körperlich wirken, aber vorwiegend auf der seelisch-mentalen, geistigen Ebene. Es gibt Metallessenzen wie Gold und Silber und den großen Bereich über 46 Monodinkturen und acht Kardinaldinkturen. Wobei die spargürische Herstellung eine sehr komplexe ist, das muss man an der Stelle schon sagen. Und die Monodinkturen von Evolution eine innovative, eine Besonderheit darstellen. Es sind ja nicht nur Tinkturen, sondern eine Tinktur besteht in etwa 70 Prozent Essenz, also über verschiedene Herstellungsprozesse, Destillation, Kalzination, Gärung und so weiter. Und 30 Prozent ein grubstofflicher Auszug. Das heißt, eine Tinktur von Evolution ist 70 Prozent Essenz und 30 Prozent Grubstofflicht. Das heißt, ein toller ganzheitlicher Ansatz, ein tolles ganzheitliches Produkt, das den Menschen auf seiner körperlichen, seelisch-geistigen und mentalen Ebene erreicht. Neben den Monodinkturen gibt es auch eine Besonderheit, da sind sie ja schon, das sind unsere Kardinaldinkturen. Das ist eine Verbindung von in etwa 14 verschiedenen Stoffen. Da finden Sie Pflanzen drinnen, da finden Sie Algen, Kräuter, Wurzeln, andere Vitalstoffe, alle nach dem spagyrischen Prinzip hergestellt, die eine Besonderheit für die Praxis sicherlich sind, weil die Komplexmittel eine einfache Art sind, schnell einmal das Grundproblem zu sehen, respektive das geeignete Produkt zu finden. Eine dritte Säule ist dann natürlich auch unsere Biokosmetik. Und wenn ich sage Biokosmetik, meine ich auch Bio-Gesichtspflege und natürlich die Bio-Körperpflege, allen voran die therapeutischen Salben, Cremen, Öle. Ich denke da nur an verschiedene Weihrauchöle, die ja alle eine unglaubliche Wirkung haben. Wieso generell die Naturprodukte, wenn ich an Kurkuma denke, wenn ich an Weihrauch denke, wenn ich an den biologisch aktiven Schwefel denke. Abgerundet wird das Sortiment natürlich noch von verschiedensten Teesorten. Die Tees bzw. die Kräuter liefern unsere Biobauern in unserer Region im Wallviertel und in Mühlviertel in Österreich. Evolution setzt aber nicht nur auf die Produktentwicklung, sondern auch sehr stark auf die Wissensvermittlung. Ich darf Sie jetzt einladen und freue mich auf die Frau Baumann, unsere Expertin und Heilpraktikerin, die Ihnen wichtige Informationen noch zu unserem Produktprogramm liefern wird. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin in eigener Praxis, bin Autorin diverser Fachartikel und von Sachbüchern und bin seit vielen Jahren in den Bereichen Naturheilkunde und Gesundheit als Referentin tätig. Ich habe Freude daran, Wissen zu vermitteln zum Thema Gesundheit, zum Thema Naturheilkunde. Und ich habe Freude daran, zu erzählen, was ich für gute Erfahrungen in der Praxis machen darf mit den Produkten von Evolution. In unserer Akademie bieten wir Ihnen als unseren Partner die Möglichkeit, Ihr Wissen zu erweitern. Gleichzeitig können Sie Patienten auf unsere Veranstaltungen verweisen, die sich gerne selbst für ihre Gesundheit weiterbilden wollen. Die Patienten haben heute den Anspruch, mehr zu wissen über ihre eigene Gesundheit und wie sie sich selbst behelfen können. Oftmals ist in der Praxis nicht die Zeit, solche Gespräche mit den Patienten zu führen. Unsere Veranstaltungen bieten Ihnen die Möglichkeit, eben diese Wissensvermittlung auszulagern. Eine Besonderheit der Firma Evolution sind die Kardinaltinkturen. Die Kardinaltinkturen haben besondere alchemistische Zubereitungen und besondere alchemistische Zusammensetzungen, die wunderbare Synergieeffekte bewirken. Ich freue mich, wenn ich Ihr Interesse wecken konnte und Sie überzeugen konnte von der guten Qualität der Produkte und der tollen Erfahrungen, die ich mit den Produkten machen durfte. Vielleicht sehen wir uns demnächst in einem unserer Online-Webinare. Ihr Vorteil liegt darin, dass Evolution Ihnen über 200 Produktspezialitäten anbieten kann. Alle natürlich frei von unliebsamen Stoffen wie Bindemittel, Füllstoffen. Wir arbeiten ausschließlich mit Reinsubstanzen, zumindest was die Ordemolekulare und Präparate anbelangt. Und bei den Kräutertropfen schauen wir natürlich auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Biobauern in Österreich, vor allem im Obösterreich und im Waldviertel. Die liefern hier unsere Top-Kräuter für die Herstellung. Zum Schluss auch noch ganz wichtig, Einsatz zur Qualität der Produkte. Die Produktion erfolgt nach ISO 22000 und nach GMP-Empfehlungen. Wir orientieren uns wirklich nach der höchsten Qualität. Wir arbeiten ausschließlich mit Reinsubstanzen, ohne Bindemittel, ohne Hilfsstoffe. Und was ganz wichtig ist natürlich mit aktiven Verbindungen, sodass sie auch vom Körper aufgenommen, angenommen werden und dementsprechend gut verstoffwechselt werden können, um so auch eine hohe Bio-Verfügbarkeit zu erreichen. Also ich kann Ihnen garantieren eine Top-Qualität der Produkte, eine Top-Qualität der Produkte auch im Hinblick auf die Wirksamkeit. Service mag auch noch erwähnt werden. Wir liefern taggleich oder spätestens am nächsten Tag aus. Sie haben also schnell unsere Produkte. Wir haben auch Testkästen. Viele von Ihnen möchten ja Produkte austesten. Dann gibt es also einen Testkasten mit allen unseren Produkten, mit Fiolen zum Testen. Ich möchte Sie einladen. Werden Sie Teil unserer Evolution-Bewegung. Machen Sie gemeinsam mit mir Lust auf Gesundheit. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.